. Guten Morgen, Leute. Es ist hier gerade der erste Morgen. In Sri Lanka. Es ist gerade die erste Nacht vorbei. Ich bin hier in Alut Gama gelandet. Ein schöner kleiner Ort. Und der Strand ist hier echt super schön. Also hier ist jetzt so ein kleiner Süßwasserfluss zwischendrin. Aber dahinter ist dann eine Meerstreife. Da läuft man auch nicht lange hin. Das ist echt schön. Aber ich schlafe mich jetzt erstmal aus. Ich bin gestern Nacht um 3 Uhr angekommen. Genau. Ich wollte euch nochmal schöne Grüße da lassen. Sagen, dass ich gut angekommen bin. Ich bin gestern. Ich bin gestern. Ich bin gestern. Ich bin gestern. Untertitelung des ZDF, 2020